Hier haben wir jetzt die große Lobby, würde ich es einfach mal nennen. Das ist der Empfangsraum, wo sich aber auch unsere Teilnehmer natürlich zwischen den Meetings niederlassen können und auch untereinander kommunizieren können. Es ist kein Raum, den man jetzt mieten kann, aber er gehört einfach zur gesamten Fläche dazu. Ich zeige euch jetzt einfach mal unsere Räumlichkeiten, die wir hier drin haben und fange mit dem sogenannten Raum Large One an. Deswegen folgt mir einfach kurz. So, willkommen im Large One Raum. Wir haben hier ungefähr 150 Quadratmeter zur Verfügung. Wir können die Räume unterschiedlichst für unsere Kundenwünsche immer stellen. Ob das Design Thinking ist, ob das Scrum ist, ob das Board Meetings sind. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie wir sie stellen können. Hier sind noch meine lieben Kollegen gerade unterwegs. Wir hatten auch gestern hier eine Veranstaltung drin. Wir versuchen derzeit, die Räumlichkeiten immer so zu belegen, dass wir maximal 50 Prozent der Auslastung reinpacken. Das bedeutet, der Baum ist aktuell für 80 Personen.